Kennt ihr den Spruch, an der Nase des Mannes erkennt man die Größe seines Johannes, zugegeben schon etwas älter. Aber die Legenden hören nicht auf, die versuchen zu beschreiben, ob es körperliche Zusammenhänge gibt, sichtbare körperliche Zusammenhänge zur Größe des Penis eines Mannes. Ich kann vorwegnehmen, alles Quatsch kann man natürlich nicht erkennen. Wenngleich es natürlich Größenunterschiede gibt. Und genau auf die möchte ich heute eingehen. Und zwar, wir erzählen euch, wie die Penisgrößenverteilung weltweit ist. Und da gibt es tatsächlich beachtliche Unterschiede. Ich fange mal an mit den größten, längsten. Die sind, wie es einige von euch vermuten, auf dem afrikanischen Kontinent zu finden. Die Liste führt der Kongo mit, sage und schreibe, 17,93 cm an. Das ist wirklich beachtlich. Ich gebe euch mal den Vergleichswert zu den deutschen Penisen. Die liegen nämlich wirklich im unteren Mittelfeld, Platz 9, mit einer Durchschnittsgröße von 14,48. Also da sind schlappe drei Zentimeter dazwischen, was ja schon beachtlich ist. Über uns liegt noch Frankreich mit 16,1. Gefolgt von Italien mit 15,74, den man doch immer unterstellt, sie hätten kleine Penisse. Stimmt aber gar nicht. Danach der Iran beispielsweise mit 14,54. Der ist etwas über uns. Aber jetzt schauen wir mal in der Liste nach unten. Da gibt es auch spannende Werte. Die Türkei mit 14,11. Und noch weiter unten Spanien mit 13,85. Habe ich auch eine ganz andere Vorstellung gehabt, dass die eher über uns liegen würden. Was aber gar nicht stimmt. Und je weiter wir runtergehen, landen wir irgendwann bei der USA mit 12,9. Und das Schlusslicht bildet Südkorea mit 9,66. Ja, also rund 8 Zentimeter liegen da von dem größten bis zu den kleinsten Penissen dazwischen. Naja, wie auch immer. Wie wir schon öfter sagen, es kommt ja wirklich bei gutem Sex nicht auf jeden Zentimeter an. Also geht's noch Likedomen. Wirleichen gerne. unterstützt. Ich bin.